Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tennis Warehouse Europe Schläger-Tests. Heute stellen wir euch das Nachfolgemodell des legendären Barbolat Aero Pro Drives vor. Das hier ist der Barbolat Pure Aero. Einer der beliebtesten Tennis-Schläger der letzten Jahre bekommt einen neuen Namen, einen neuen Look und einige interessante Veränderungen. Durch die hinzugefügte FSI-Spin-Technologie ist dieser Pure Aero nochmals spinfreundlicher, kraftvoller und noch explosiver beim Zuschlagen. Der Abstand zwischen den Querseiten ist etwas vergrößert worden, was für noch mehr Ballbiss und nochmals verbesserten Topspin sorgt. Alles in allen bietet diese Version verbesserten Komfort und mehr Stabilität als sein Aero Pro Vorgängermodell. Das Gewicht ist gleich geblieben, dennoch ist das Schwunggewicht deutlich höher bei diesem Nachfolgemodell, was dazu führt, dass einfach noch mehr Stabilität beim Durchschwingen vorhanden ist und im Gegensatz zu dem Vorgängermodell noch mehr Topspin und einfach noch mehr Stabilität ans Tageslicht kommt. Außerdem ist bei diesem Pure Aero die FSI-Spin-Technologie eingebaut worden und dadurch sind nicht nur die Querseiten im Sweetspot des Schlägers etwas weiter auseinander, sondern auch einige Ösen hier im oberen Teil des Schlägerkopfes auch etwas größer gemacht, damit die beiden sich noch einfacher hin und her bewegen können und damit einfach noch explosiveres Schlaggefühl zustande kommt und auch noch mehr Power und einfach noch mehr Topspin aus diesem Modell im Vergleich zu dem Vorgängermodell herauskommt. Alles in allem waren alle unsere Tester sehr zufrieden mit dem Update dieses Schlägers. Von allen Bereichen auf dem Platz, von der Grundlinie, beim Aufschlag, beim Return und bei den Bullies waren sie alle sehr sehr zufrieden mit diesem Schläger. Einfach mal bei uns auf tenniswearseurope.com draufklicken und im Internet angucken, gerne einfach einen Tennis-Schläger aussuchen. Wirklich super Schläger hier. Bis zum nächsten Mal.